Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nach Neuseeland zu begleiten Jetzt machst du genau das, was deine Mutter hätte tun sollen Du folgst der Liebe deines Lebens Genau so habe ich mir Neuseeland immer vorgestellt Ich habe nicht mein Leben lang auf die richtige Frau gewartet, um sie dann wieder gehen zu lassen Diese ganze Geschichte hier, das war deine Idee Was ist mit deinem Traum, hier ein neues Leben anzufangen? Aber das ist doch auch alles, was es war Ein netter Traum Eins Drei Drei Drei